Am 1. April fiel der Startschuss für ein Event der ganz anderen Art. Wellenbahnen, Steilkurven, Stangenwald. Knapp 220 Teilnehmer stellten sich im Zielstadion des Hauser Kaibling dem härtesten Langlaufbattle aller Zeiten in. Trotz frühlinghafter Temperaturen gelang es dem Hauser Kaibling Bissendim, einen anspruchsvollen Cross-Country-Parcours ins Gelände der Talstation Hauser Kaibling zu zaubern. Wir haben da einen Langlaufparcours auf die Beine gestellt, das ist unglaublich, mit Wellenbahnen, Steilkurven. Man muss sich vorstellen, wir haben da dann einfach Schnee bewegen müssen. In dem Zusammenhang einmal herzliche Gratulation an den Gerhard Zettel, allen voran von unserem Bissendim. Und wir freuen uns natürlich total jetzt auf ein super Event und schauen wir mal, was das wird. Langlauf-Event da bei uns im Hauser Kaibling. Ich habe es mir jetzt angeschaut, das schaut ganz super aus und ich freue mich jetzt schon aufs Laufen. Macht einfach riesen Spaß und man sieht, dass sich die Leute einfach ins Zeuglieb kommen. Diesen außergewöhnlichen Wettkampf ließen sich viele österreichische Grüßen des nordischen Skisports nicht entgehen. Christoph Suman, David Komatz, Daniel Mesutic, Wilhelm Denifel, Lukas Klapfer und Philipp Orter adelten diesen Top-Event der anderen auch. Es ist eine super Strecke, sie haben sich was einfallen lassen und sie haben sich auch reingeholt und es ist super beinahmt für die Jahreszeit, sowieso ein Wahnsinn und es wird sicher Spaß. Es wird sicher ein cooles Event. Ich habe mir jetzt die Strecken gerade angeschaut, es ist alles super beinahmt. Ein großes Lob in Veranstaltungen. Sie haben das wahnsinnig hergekriegt und ich freue mich schon aufs Rennen. Also diese Bewerbe sind die Zukunft des Langlaufs und wir haben da die einmalige Chance am Haus Arcaibling, bei perfekten Schneebedingungen noch am 1. April so ein wunderschönes Rennen zu veranstalten. Ja heute eine tolle Challenge, man sieht die Sportler, die Jugend, die ist noch absolut motiviert, am Ende des Winters noch tolle Leistungen zu bringen. Also man sieht wirklich, die Kinder sind glücklich, man sieht sie in ihren Augen und wir werden dann noch tolle Sieger sehen bei der Siegerehrung. Das Rennen war an sich voll cool, es hat voll Spaß gemacht, es war aber auch richtig schwer eigentlich und man braucht eigentlich schon viel Geschicklichkeit. Den Sieg in der Herrenklasse holte sich einer der vielen nordischen Profis Lukas Klappfer. Bei den Damen siegte Barbara Walchhofer. Den zweiten Rang holte sich Fabien Hartweger aus Weißenbach-Gemeindehaus. Es war wirklich ein Kampf bis zum Schluss, dann habe ich mich nochmal eingefadelt, Bandor und habe mich niedergelegt. Also es war wirklich bis zur Züllehne nicht sicher, was es wird und es war wirklich ein Hetz. Dem bewährten Top-Team des Hauser Arcaibling ist es gelungen, perfekte Bedingungen für ein Sportevent der Extraklasse zu schaffen. Das Zielstadion des Hauser Arcaibling war Sport und Eventstätte für die kleinsten und die größten Athleten. Diese Challenge wurde perfekt gemeistert und gewonnen. Es war wirklich sehr nett, wenn es das Event wiedergeben sollte, dann kommen wir natürlich wieder.